Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Es ist exakt 17 Uhr bei euch in Deutschland, Österreich und bei uns ist es 18 Uhr. Und wir haben ein Primere-Video für euch mit den Top News und wir haben wirklich sensationelle Neuigkeiten für euch. In den letzten Wochen und Monaten ist unser Kanal nicht nur vom Content gestiegen, sondern auch von den Zuschauerzahlen. Ihr seht unsere Videos immer öfter, ihr kommentiert die Videos und es werden dadurch immer mehr Fragen aufgeworfen, wo wir sagen, wir haben immer mehr Material, wo wir für euch Videos produzieren können. Wir haben auch für die Zukunft sehr viele Pläne, was wir noch die nächsten Monate und Jahre hier mit Kreta TV machen möchten. Und unser größter Wunsch ist es, den Kanal zu erweitern, dass wir jetzt noch mehr Content euch bieten können. Und zwar nicht nur jetzt aus dem Umkreis, Rettpim noch, Hanja, sondern auch inselweit. Und da sind wir jetzt die letzten Wochen drauf und dran gewesen, euch eine neue Funktion vorzustellen. Und zwar, ihr könnt ab sofort auf Kreta TV Kanalmitglied werden. Was es das bedeutet, ist jetzt leicht erklärt. Als Kanalmitglied habt ihr somit dann gewisse Vorteile. Wir möchten euch natürlich noch mehr Mehrwert an euch zurückgeben. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen die Funktion einer Mitgliedschaft hier bei Kreta TV. Um, dass die Community noch mehr zusammenwächst, ihr habt natürlich noch mehr Mehrwert dadurch. Denn wenn ihr hier bei uns auf Kreta TV eine Kanalmitgliedschaft macht, dann habt ihr Zugang zu internen Videos. Wir werden extra für euch als Mitglieder eigene Videos produzieren. Wir werden Backstage-Videos machen. Wir werden Livestreams machen. Wir werden noch mehr mit euch interagieren können. Aber auch, wir können auch noch viel, viel mehr Content bieten. Und das inselweit. Ihr könnt euch aus diesen drei Stufen eine Stufe aussuchen und ihr habt sofort gewisse Vorteile. Doch jetzt kommt nämlich der Überhammer. Es gibt natürlich, wir sind ja nicht die Einzigen auf YouTube, die von Kreta berichten. Es gibt sehr viele Kreta-Kanäle, die euch die schönsten Bilder, die schönsten Orte zeigen. Doch wir sind ab sofort die Einzigen, die euch nicht nur die Bilder ins Wohnzimmer liefern, sondern ab sofort habt ihr die Möglichkeit, auch den Duft Kretas zu euch nach Hause zu bekommen. Ihr bekommt als kleines Dankeschön, als Aufmerksamkeit, Gegenleistung, jedes Monat automatisch ein Paket zugeschickt mit den tollsten Kräutern, Teesorten, selbstgemachte Seifen, alles Mögliche. Also ihr könnt euch dadurch nicht nur die Bilder ins Wohnzimmer holen, sondern auch den Duft Kretas. Momentan sind wir die Einzigen, die euch sowas bieten können. Die Produkte, die ihr zugesendet bekommt, sind nicht von irgendwem, sondern wir haben lange Gespräche geführt mit Barbara und Arno. Ihr kennt Barbara und Arno sicherlich aus unseren Videos. Und wir haben so eine kleine Kooperation gemacht. Und wer diese Produkte kennt, also der wird sicher wissen, von was ich hier spreche. Ihr werdet das Paket aufpacken, auspacken zu Hause und ihr werdet sofort kritischen Duft einatmen können. Also, jedes Monat bekommt ihr, wenn ihr Kanalmitglied seid, ein Paket zugesendet. Natürlich jedes Monat mit unterschiedlichen Produkten. Von Barbara und Arno und von Mandali. Mandali hat natürlich jetzt kein herkömmliches Geschäft mehr. Ich verlinke euch die Homepage unten in der Videobeschreibung. Man kann natürlich Produkte auch freikaufen. Aber als Dankeschön ist das in der Kanalmitgliedschaft integriert. Nur bei uns hier auf Kreta TV. Wenn ihr auf unseren Kanal draufklickt, habt ihr die Möglichkeit, unseren Kanal wie üblich zu abonnieren. Und daneben ist ein neuer Button für euch. Ihr könnt damit Kanalmitglied werden. Ihr habt auch unter jedem Video, das ihr euch ansieht, die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft zu erwerben. Zu unserem Kanal. Aber ihr habt auch die Möglichkeit von einem Superthanks. Superthanks ist, ihr macht keine Mitgliedschaft, sondern ihr dankt uns einfach, weil euch ein bestimmtes Video gefallen hat. Mit einer kleinen Spende, das natürlich zu 100% wieder in unseren Kanal hineinfließt. Mit diesem Betrag, den ihr euch selbst aussucht, werden wir natürlich, ja, wenn wir inselweit berichten wollen, haben wir natürlich auch viel, viel mehr Ausgaben. Sei es jetzt vom Auto, Reisekosten, Spritkosten, also Benzinkosten. Wir haben Übernachtungskosten, aber wir haben euch im Hintergrund und diesen Mehrwert wollen wir euch dann mit den neuen Videos, neuen Konzepten auch wieder zurückgeben. Also, ich denke, das waren wirklich tolle Nachrichten für euch und ja, ihr könnt ab sofort unten eine Mitgliedschaft hier für Kreta TV machen und die Vorteile euch ansehen, welche Stufe welche Vorteile hat. Und ja, dieser Mehrwert ist nur dann exklusiv für euch verfügbar. Also, somit mit den super tollen Nachrichten hier über unseren Kanal, über die Zukunft auch von Kreta TV, was wir so alles planen, möchte ich mich für heute verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns als Kanalmitglied wieder.